Los geht's! Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen manchmal einen Schreck. Rookie, zu mir. Was freuen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mehr gekehrt das Licht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Grundgültiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Naja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kuh in der Stausche haben. Ich hab dich im Blick. Hey, was soll das denn? Wir wollen doch mal ziemlich schocken. Was macht das denn? Wir sollen uns in Ruhe lassen. Ganz ruhig. Oh, Marshal. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Herzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier ein. Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgeordneten zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, Herr, ist... Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdraubung, hat je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, ihr... Es wird keine Schmerzen mehr geben. Immer ein Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein! Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Leck die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, kommen und siehe, treten Sie vor. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Leg die Waffen nieder. Nimm deine Freunde. Die einfach weg. Komm schon, Rookie. Gott beobachtet uns. Und er richtet dich nach deiner Entscheidung in diesem Moment. Gott verdammt, Rookie. Sheriff? Moment, Marshal. Manchmal sollte man es einfach gut sein lassen. Wir gehen, Rookie. Was zur Hölle macht ihr denn? Was macht ihr denn? Verdammt doch mal, was soll das werden? Earl, geh zum Riss. Halt die Klappe und hör zu. Wenn du ihn mal schön anlegst, kommt keiner von uns hier neben raus. Ich lasse euch alle verhaften. Das war's dann. Ich lasse euch alle verhaften.